Hallo, hier ist wieder euer Raginari und guckt mal was ich mitgebracht habe. Guckt euch das mal ganz genau an, dieses Buch hier ist Gold wert. Es ist Gold wert. Ihr könnt das erleben, lesen, du bist das Placebo, Bewusstsein wird Materie von Dr. Dudes Penzer und das ist nicht irgendein Scheiß, sondern ich glaube da steckt eine Menge Wahrheit drin. Wir können unsere neuronalen Netze verändern, wir können unser Gehirn umbauen und somit auch unseren Körper umbauen, wir können ein besseres Leben anfangen, ein gesundes Leben anfangen, wir können ein wohlhabendes Leben anfangen, wir können alles machen, was wir wollen, solange es konstruktiv ist und dem Universum auch was Positives bringt. Naja, lest das Buch selber, was soll ich da noch zu sagen? Ich gebe ja nur den Tipp darüber, aber dieses Buch ist echt der Hammer und es ist sein Geld auf jeden Fall wert, viel Spaß damit. Tschüss, euer Ragnari. Hoppios, anstieg bar und ich bin noch вас mehr wieder da oben. Vielen Dank.